Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Mit einem glücklichen Luigi, wie man hören kann. Ja, beim letzten Mal haben wir die Windmühlen hier repariert. Der Sturm hier ist vorbei auf dem Planeten. Aber es gab leider einen kleinen Fehler nach der letzten Aufnahme. Ich wollte abspeichern und habe statt speichern aus Versehen Laden gemacht und durfte gerade den letzten Kampf nochmal neu machen. Deswegen ist mein Team gerade auch ein bisschen mehr angeschlagen als beim letzten Mal. Aber das sollte uns nicht weiter kümmern, ich kann den Rebeller ja einfach hochheilen. So, wir wollen uns heute Gefahr auf der Baustelle direkt als allererstes antun. Okay, ich sehe zigtausend Bom-Boms. Und ich ließe überleben. Und schon habe ich jetzt Schwierigkeits-Grad wieder umgestellt. Okay. Ich habe Rebeller übrigens hier mal statt dem Wiederbeleben stattdessen mal den Windangriff gegeben. Dass ich Wind auf die Waffe packen kann. Kabumm. Komm, Eck dich, vernichte dich. Du wirst dich ja wahrscheinlich bewegen, bevor du angreifst. So, euch beiden gebe ich den Windstoß. Fliegt mal runter. Oh, die Spark-Energie hat sich aktiviert. Weiß ich schon, wie ich sie nutze. Ich grabe hier an. Und dann mache ich lethargisch. Dass ich mich nur einer von denen angreifen kann. Ich mache mich einfach mal ungesehen und schieße den anderen tot. Die Bom-Boms reagieren ja zum Glück nicht auf einen Ungesehenen. So, danke. Wenn ich schon ein Spark-Geschenk bekomme, nutze ich es. Oh, dann vernichte ich mir mal... ...unseinen Kollegen da hinten. Den Bon-Bom lasse ich gerade in Ruhe, weil den kann ich ja später noch auf andere Gegner werfen. ...oder er bewegt sich und stirbt als erstes. So, da kommt jetzt was raus. Natürlich der. Natürlich ist Rebella in Reichweite. Zum Glück kam da nur einer raus. So, dann hörte ich dich mal weg. Und Rebella habe ich jetzt gerade mal vollgehalten. Wir haben einen Kamek, der weggesnipet wurde. Also, der macht jetzt wieder diese dumme Welle. Aber ich kann schon mal sehen, dass ich die Dinger nicht mag. Runter mit dir. So, die Rune ist dann auch schon wieder rum. Der greift eh nicht an. Ich muss die nicht vernichten. Ich muss nur überleben. So, ich muss nur noch diese Runde schaffen. Sollte ja eigentlich ganz einfach werden. So, weggesnipet. Und weg. Ah ne, der lebt auch mal weiter. Aua. Hab's geschafft, Leute. Und Level 31. Oder? Ne, Stufe 30 auf dem Maximum. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Wir haben die maximale Stufe erreicht. Da ist ne Leiter zum Runterwerfen. Immer noch keine Ahnung, was es mit den Dingern auf sich hat. Aber hier kann ich ja die Leiter runterwerfen und hab ne weitere Abkürzung freigeschaltet. Müsste hier nicht irgendwo ein Block für da unten sein? Ja, da oben. Ist nur unsichtbar. Wir sind hier aber auf jeden Fall noch nicht fertig. Muss man noch sagen, ne? Weil wir haben bisher nur einen Finsterzeit-Tentakel vernichtet. Es müssen aber zwei sein. So, wir kriegen ja auch nochmal ne Abkürzung. So, und was machen wir mit dem Schalter? Das sind halt eigentlich so komische Dinger da unten in der Ecke. Wir gönnen uns das Teil da. Wo willst du hinein? Bei dem Bereich würde ich übrigens sagen, dass wir wirklich überall waren. Außer da offenbar. Da haben wir noch was übersehen. Vielleicht muss das ja nach da oben. Irgendwann muss ich das doch abliefern. Ah, hier. 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 Eine weitere Planetenmünze in unserem Besitz. Ich will da zu dieser fiesen Angelegenheit. Ich müsste gerade nur gucken, wie ich da hinkomme. Am ehesten über den Kran, ne? Ach, da unten, äh, wo ich gerade hin will, da ist der letzte Riese. Aber wie komme ich denn da hin? Ich sehe auf jeden Fall goldene Röhe. Weil ich habe den Weg gefunden. Wie viel brauche ich denn? Oh, wir können ihn direkt machen. Der wahrscheinlich letzte Riese. Das Riesenfedervieh. Da heile ich lieber nochmal vorher. Eine fiese Angelegenheit. Du bist wahrscheinlich wieder gegen alle Elemente immun, ne? Jo. Sollte aber Windschuss und Schock eventuell bereit haben für die anderen. Der passt doch da gar nicht durch, oder? Und selbst wenn, kann ich mich ungesehen mit Luigi machen und die anderen einfach rüberschweben lassen. Aber ich muss Sparks eben kurz anpassen. Jo, Leute. Ich habe die Sparks angepasst. Ich hoffe, das funktioniert so. Jo, Leute. Ich habe meine Sparks ein bisschen angepasst. Ich hoffe, dass das so gut funktioniert. Erstmal müssen wir den Typen hier unten loswerden, bevor der uns die ganze Zeit angreift. Müssen wir unser Foul eher hauptsächlich auf den da konzentrieren. Der Bilder kann ihn auf jeden Fall sehr gut schaden drücken. So, unser Schleimtyp hält ein bisschen was aus. Schaut, dass er dabei nicht aus Versehen die Kiste getroffen werden kann. Das Gute ist, er kann nicht angreifen. Der Schleim her macht, dass er große nicht uns gefährlich werden kann. Das ist sehr schön. Ich muss gucken, dass ich nicht in die Reichweite mit Rebella gehe. So, okay, mal ein bisschen weg. So, ich treffe jetzt beide. So, in Ordnung. Ich habe Protektor auf denen da oben allen drauf. So, zack. Fuhre ich beide. Der große ist jetzt, glaube ich, sogar tot. Viel zu leicht. Ja, soll der tot sein. Oder er ist nächste Runde. Aber so oder so, die Zone ist der down. Wenn der große sich jetzt bewegen würde, wäre das super. Schade. Als ob das so auch funktioniert. Ist doch lächerlich. So, tschüss. Besiegt. Planetenmünze. Und ein goldenes Prisma. Oder besser gesagt, zwei goldene Prismen. So, Gia hat das gefehlt. Und Revit Luigi hat das gefehlt. Damit haben wir das jetzt eigentlich für jeden, ne? Haben für all die Fähigkeiten mit den Sparks freigeschaltet. Jetzt müsste ich nur einmal umstrukturieren, dass die auch alle die nützlichen Fähigkeiten haben, wenn ich sie mal brauche. Also das mache ich dann zu gegebener Zeit. Oder mit Rosalina kann ich zumindest schon mal den Sparks Schutz geben, ne? Wollte ich eigentlich jedem von dem einmal geben. So, alle Spark-Fähigkeiten. Jetzt können die eventuellen K.O.-Schlag überleben. Ja, und wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir den Mini-Bereich hier jetzt so gesehen fertig. Also ich sehe jetzt nicht, dass hier noch irgendwo eine Aufgabe auf uns wartet. Wir sind hier fertig. Dann mal wieder zurück zum Muddy. So, Muddy, ich bin da. Ich habe meinen Job erfüllt. Wow, der Ballon war schon Sekunden nach unserer Landung wieder repariert. Diese Muddy ist wirklich schnell. Statt Muddy steht da Kackmattal. ...schöpfer sich eine Menge künstlerische Freiheit erlaubt. Diese jugendliche und wahrhaft fröhliche Erscheinung des Ballons. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Das ist nicht Muddy. ...schöpfer sich eine Menge künstlerische Erscheinung des Ballons. Da ist der andere Finster-Zeit-Tentakel. Die Jägerin des Tals. Sukkulenter. Nein, das war die andere. Sukkulenter, du kleine... Na, na. Na, na, Rebella. Du solltest einen klaren Koffer machen. Betrachte mal die Gesamtsituation. Wirst du wieder weglaufen. Wirst du wieder weglaufen, um deine eigene Haut zu retten? Und mich Muddy für meine Zielübungen verwenden lassen? Das ist so. Und du wirst versuchen, sie zu retten. Daher wirst du natürlich scheitern und damit auch deine Mission Misere aufzeiten. Die ganze Galaxie wird unter deinem Versagen leiden. Ich werde gnädig sein. Obwohl du mit Misere natürlich so oder so niemand aufhalten könntest. Ich für meinen Teil kann dir immerhin versprechen, dass ich nach meinem Sieg gnädiger sein werde. Also, was wirst du tun? Die in den Hintern treten, was sonst? Ich muss erst mal Sparks umstellen. Sukkulenter. Ja, ist extrem stressig aus der Entfernung. Wenn wir sie aus der Nähe angreifen, sind wir Kanonenfutter. Heißt das, es gibt keine Limonade? Das ist die größte Sorge, Rebel Luigi. Du hast es erkannt. Hat aber echt wenig Leben, die Frau. Ja, ich habe die Sparks wieder angepasst. Und ich habe auch schon mal ein paar der Fähigkeitenpunkte neu verteilt. Die haben jetzt alle auf jeden Fall Spark Energie. Der ein oder andere auch hier den Erfrischer. Und jetzt muss ich erst mal gucken, was wir hier vor uns haben. Hauptsächlich diese Wasserkneesche, ne? Hast du irgendwelche Schwächen? Ist nur ein Empfindlich gegenüber Schleim. Oh, dafür machst du aber übelst Schaden. 2000. Hast die Schleimwelle. Hat immer eine gute Deckung. Also wenn sie hinter irgendeine Deckung ist, treffe ich sie auf keinen Fall. So, die ich vernichten wir mal. Und Rebelle habe ich schon den Windschluss gegeben, dass der woanders hin fliegt. So, jetzt ist der Safe tot. Na, scheiße, dass die Goombas da sind. Da bringt meine Sicht sehr wenig. Okay. Du, Ignor, hier ist auch mehr oder weniger die Deckung. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Kann ich dich lethargisch machen? Mach mal ne Runde Pause. Mit Rebella kümmere ich mich mal darum, dass hier hinten keine neuen Leute erscheinen. So. So, frühst du mal Schaden. Gut, dass ich mich ihm gerade gemacht habe. Ah nein, Schaden teilt sich auf. Ist auch interessant zu wissen. So, willst du was Interessentes sehen? Guck dir mal diesen Pau-Block aus der Nähe an. Stehst du wieder auf? Du stehst wieder auf. Dich muss ich wahrscheinlich mehr als einmal vernichten. Vielleicht muss ich auch für die eine dreimal vernichten. Steht bei dir immer noch ein Neustart als Fähigkeit? Ich hoffe einfach mal, dass ich sie nur maximal dreimal vernichten muss. So. Verreck bitte. Also gleich. So, erstmal die Fieslinge ausschalten. Ach nö, da sind Schafschütze. Das sind mehrere Schafschützen. Ja, ja, stellt euch ruhig zusammen. Okay, du hast nur unendliche Reichweite. Schön, dass wir das geklärt haben. Willst du wissen, was ich habe? Nur unendliche Heilung. Ich hoffe einfach mal, ich treffe dich. Danke. Ein Schafschütze weniger. Steh mal besser hier hinten. Und schick sie hier rüber. So, ich will dich kaputt grätschen. Und dann will ich tatsächlich den Sprung hier nutzen und den Schafschützen hier schon mal ausschalten. So. Du stehst schön mittig. Weg mit dir. Mir war es wichtig, dass der Schafschütze drauf geht so früh wie möglich. so, dann komm noch mal her. Ich ignoriere mal, dass da hinten neue Gegner kommen wollen. Brate ihn hier weg. Komm. Noch einer. Ja. Bitte nicht Rebelle erwischen. Ach, Rebelle. Äh, Rosalina. Danke. So, zack. Und dann kann ich dich da hinten noch ausschalten. Irgendwie hat sie Luigi verfehlt. Dreck gesniped. Dreck gesniped. So, Leute. Weißt du, was ich jetzt mache? Mit Luigi einmal rüber springen. Und da akte, wie ich jetzt im Flammenregen. Das sollte doch saftig Schaden machen. Oh, das hat richtig gut Schaden gemacht. Hat sogar vernichtet. Ja, klar. Ja. Ja. Ja, klar. Wo führt die Röhre hin? Die führt hier hin. Und gut, ich treffe sogar den Sniper mit dem Elektro-Ding. Und neben der Insel hat sich die Spark-Energie aktiviert. Sayonara, ihr beiden. So, hier unten ist alles gecleared. Denn Reichweite ist einfach so abnormal fies. Ich darf nicht so nah an der Röhre stehen. Da ist dieses Federvieh. Funktioniert das? Das würde funktionieren. Aber erstmal mache ich einen Eisregen. Was nicht bedingt die schlauste Idee ist, weil es meine Deckung weg macht. Aber hey, die beiden da oben sind zumindest dann schon mal angeschlagen. Ich habe alle auch mal ein bisschen hochgehalten. Weil unser Boss hier macht schon verdammt viel Schaden. Hier muss man sich ja wirklich mit Heilung zugleisten, bevor man in den Kampf zieht. So. In eure Gesichter. Ich muss hinter den Doppeldeckungen bleiben. So, den habe ich zu Tode gegrätscht. Ich hoffe mal, diese Deckung hier zählt. Ja, komm ruhig näher. Ja. Ja, man muss echt hinter den Doppeldeckungen bleiben, sonst kriegt man übelst Schaden. So, Zeit für einen Flammenregen. Dann hole ich den da auch ein bisschen aus der Deckung raus. Die da hinten. So, mit ein bisschen Glück könnte der Elektroregen jetzt für die hier oben reichen. Die wurde auf jeden Fall sehr, sehr gut erwischt. Ja, es reicht. Bleibt K.O. Geht doch. Sag doch, war zu verdächtig, dass bei der Windmühle nur ein Tentakel war. Und ansonsten nirgendwo einer. Oh, shit. Oh, shit. Ja, da ist Rosalina. Oh, shit. Schon mies, was Misere da abzieht. Sie hätt Rosalina gefangen. Rosalina hat uns gerettet. Dieser ganze Teil ist der Beweis ihrer Tapferkeit. Aber wieso ist sie in diesem Ding gefangen? Aber wenn wir Misera nicht aufhalten können und Rosalina sich nicht selber befreien kann, dann ist sie für immer verloren. Ich bin zugleich traurig, aber auch entschlossen. Ja, sogar optimistisch. Ich fühle... Ich fühle... Ja, was fühlst du? Du fühlst Hoffnung. Seht ihr? Eure KI ist zwar neu im Emotionsgeschäft, aber wenn ihr euch den Kristall mal genauer umguckt, dann seht ihr, dass sie recht hat. Der Megabug. Eine Abscheulichkeit, die teilweise aus mutierter Rabbid-DNA kreiert wurde. Eigentlich wurde er ein für allemal besiegt. Doch ein letztes Fragment von ihm schwebte ziellos durch die Galaxie. Verschmolzen mit und angetrieben durch Weltraumschuld mutierte es noch einmal. Allmählich entwickelte es ein Empfindungsvermögen. Es wollte wachsen und ernährte sich dafür von der Lebenskraft der Galaxie. Doch irgendwann wurde es schließlich zu Miserat. An einem schicksalhaften Tag spielten ein paar Lumas mit einigen Rabbids, die gerade auf der Durchreise waren. Angelockt von der mächtigen Energie, die die Freude der Lumas ausstrahlte, zog es Miserat zur Sternwarte. Okay, so hat es Rosalina also erwischt. Miserat näherte sich ihnen unbemerkt. Selbst Rosalina spürte ihre Anwesenheit nicht, bis es zu spät war. Im allerletzten Moment stellte sich Rosalina zwischen die Lumas und Miserat, um sie zu beschützen. Die Rabbids und Lumas wurden dadurch gerettet. Doch dann ist etwas Schreckliches geschehen. Ein gewaltiger Energiestoß. Die Rabbids und Lumas wurden weit weggeschleudert. Und sie verschmolzen und erschufen so eine neue, mächtige Spezies. Die Sparks. Rosalina war ebenfalls verschmolzen. Mit Miserat. Miserat hatte die Kontrolle, doch sie spürte, dass Rosalina sich gegen die Vereinigung wehrte. Um Rosalinas Willen unwiderruflich zu unterdrücken, braucht Miserat Sparks, deren Energie sie absorbiert. Dann stellte Miserat eine mächtige Armee aus abtrünnigen Rabbids und Bowsers Schergen unter Gedankenkontrolle auf. Angeführt von den Spark-Jägerinnen. Das erklärt einiges. Rosalina weiß, dass wir kommen. Deswegen hat sie uns eine Nachricht übermittelt. Wenn sie glaubt, dass wir ihr helfen können, dann muss es auch einen Weg geben. Dann lassen wir sie besser nicht warten. Wenn er mich entschuldigt, ich muss einen Schildknacker zusammenschustern. Oh, was ist das ein Hähnchen? Ähm, nicht ganz die Feuerkraft, die ich erwartet hatte, aber ich vertraue dir voll und ganz, Mutti. Wir haben gerade genügend gereinigte Finsterzeit Energie, um Miseras Festung zu erreichen. Wir erreichen das letzte Kapitel, Leute. Denkt daran, nicht der Schildknacker wird Rosalina retten. Ihr seht zwar alle voller Hoffnung, aber ihr müsst auch zusammenhalten. Einigkeit, darum geht's hier. Danke, Mutti. Wir werden es nicht vergessen, versprochen. Na denn? Worauf wartet ihr noch? Ich kann hier ja nicht ewig rumjabbern. Ja, und haben den einen Tag für Succulenta bekommen. Aber krass, was mit Rosalina passiert ist. Aber bevor wir hier den letzten Kampf antreten, Wir haben hier noch das Karkmal-Portal vor uns. Hier natürlich mit dem Fischen. Und eine Spark-Quest, gequeter Künstler. Das heißt, wir haben hier noch drei Missionen vor uns, wovon eine das Planetentor beinhaltet. Das wird lustig. Das machen wir aber alles beim nächsten Mal. Bei mir ist die Folge schon eine Stunde lang bei euch wesentlich kürzer. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!